In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Addition und Subtraktion. Dabei ist das Video wie folgt aufgebaut. Zunächst einmal wollen wir Fachbegriffe klären. Dann möchte ich mit euch besprechen, wie ihr euch die Addition und Subtraktion vorstellen könnt. Und im letzten Schritt möchten wir einmal konkret Beispiele durchrechnen. Und wie immer steht das Video unter einer bildungsfreien Lizenz. Das heißt, ihr dürft das überall dort nutzen, wo auch immer ihr wollt. Okay, fangen wir an mit den Fachbegriffen. Die Addition, die Plusrechnung, dort steht links vom Pluszeichen der erste Summand und rechts vom Pluszeichen der zweite Summand. Alles zusammen wird als Summe bezeichnet. Und das Ergebnis, also rechts vom Gleichheitszeichen, ist der Wert der Summe. Bei der Subtraktion, auch Minusrechnung genannt, haben wir links vom Minuszeichen den Minuenden. Das ist der Ausgangszustand, die ruhende Zahl. Wir besprechen gleich, was das genau bedeutet. Und rechts vom Minuszeichen ist der Subtrahent. Das ist die Veränderung, die handelnde Zahl. Auch das besprechen wir gleich. Alles zusammen hier auf der linken Seite, also links vom Gleichheitszeichen, ist die Differenz. Rechts vom Gleichheitszeichen ist wieder das Ergebnis, also der Wert der Differenz. Okay, soviel zu den Fachbegriffen, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Und jetzt kommen wir zu der ganz wichtigen Grundvorstellung. Fangen wir mit der Addition an. Da kannst du dir wirklich mal vorstellen, du hast drei Äpfel. Also eins, zwei, drei. Dein Freund, deine Freundin hat zwei Äpfel. Eins, zwei. Und dieses Pluszeichen, also die Addition, macht jetzt nichts anderes, als dass ihr diese Äpfel zusammenlegt. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr einzelne Menge. Du hast drei Äpfel und deine Freundin hat zwei Äpfel, sondern ihr tut euch zusammen und legt alles auf einen Haufen. So wie wir es hier gemacht haben. Und jetzt zählen wir durch. Eins, zwei, drei. Ich breche jetzt nicht ab, sondern zähle weiter. Einmal weiter zählen ist vier. Zweimal weiter zählen ist fünf. Das heißt, insgesamt habe ich fünf Äpfel. Eins, zwei, drei. Ich breche nicht ab. Vier, fünf. Das heißt, die Addition ist nichts anderes, als das Hinzufügen, das Zusammenlegen von Objekten. Aus zwei Mengen machen wir eine Menge und diese zählen wir dann durch. Die Subtraktion, also die Minusrechnung, könnt ihr euch auch mit Äpfeln vorstellen. Das heißt, der Minuent, das ist ja die ruhende Zahl, der Ausgangszustand. Und da stellt ihr euch jetzt einfach mal vor, ihr habt fünf Äpfel, die in einer Kiste liegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das Minus, also die Subtraktion, gibt jetzt an, dass wir aus dieser Kiste Äpfel weglegen. Und der Subtrahent ist genau diese Veränderung. Das heißt, ich lege drei Äpfel, muss ich aus dieser Kiste wegnehmen. Weil diese Wegnahme sagt mir das Minuszeichen an. Das heißt, ich nehme drei Äpfel weg. Denn dieses Minus sagt, dass ich Objekte, in diesem Fall Äpfel, wegnehme. Das heißt, übrig bleiben nur noch zwei Äpfel. Und das ist dann auch der Wert, also das Ergebnis der Differenz. Die Differenz ist der Unterschied zwischen den Minuenten und den Subtrahenten. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen ist zwei. Weil wir hatten fünf Äpfel in der Kiste und wir haben drei Äpfel aus der Kiste herausgenommen. Weil die Minusrechnung, die Subtraktion, ist die Wegnahme, das Wegnehmen von Objekten. Okay, dann lasst uns das Ganze jetzt nochmal mithilfe von Beispielen verdeutlichen. Das heißt, wir haben hier die Addition. Vier plus drei. Das heißt, gemäß dieser Grundvorstellung haben wir eins, zwei, drei, vier Äpfel. Und dein Freund, dein Kumpel hat eins, zwei, drei Äpfel. Und das Plus sagt jetzt an, dass ich diese Äpfel zusammenlege. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Und weil das jetzt ein Haufen von Äpfel ist, eine zusammenhängende Menge, kann ich diese durchzählen. Eins, zwei, drei, vier. Einmal weiter zählen fünf, zweimal weiter zählen sechs, dreimal weiter zählen sieben. Das heißt, der Wert, das Ergebnis der Summe ist sieben. Okay, so mache ich das jetzt auch bei der Minusrechnung. Das heißt, ich habe vier Äpfel in der Kiste. Eins, zwei, drei, vier. Und nehme drei Äpfel da weg. Das heißt, das ist der Subtrahent, der sagt, ich nehme drei Äpfel da weg. Diese drei kommen weg. Das heißt, es bleibt ein Apfel übrig. Und damit ist der Wert der Differenz, das Ergebnis eins. Und so könnt ihr euch die Addition und Subtraktion vorstellen. Nämlich die Addition, nochmal zusammengefasst, das Hinzufügen von Objekten. Und die Subtraktion ist die Wegnahme von Objekten. Ich hoffe, das Video hat euch insgesamt ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, das Video hat euch gehört.